Weiter wird das Fahrzeug so nicht geladen, es sei denn, ich würde jetzt eine längere Strecke bergab fahren, das Fahrzeug rollen lassen, dann steigt dieser Ladezustand noch weiter. Ja, hallo, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich nehme euch heute mal mit zu einem Termin. Ich bin ja nebenberuflich Energieberater beim BUND Berlin. Wenn ihr also mal Interesse habt an einer Energieberatung für euren Haushalt, dann meldet euch einfach beim BUND Berlin. Das geht auch in Einzelfällen, wenn ihr in Brandenburg wohnt, das ist überhaupt kein Problem. Jedenfalls bin ich heute auf dem Weg zu einer Energieberatung und zwar in Potsdam. Und diesen Weg, den nutze ich jetzt mal aus, um euch ein bisschen Einblick zu verschaffen in die Funktionsweise eines Volchhybriden. Und zwar habe ich dazu eine App auf meinem Handy laufen und zwar ist es die App Hybrid Reporter. Diese App, die zeichnet Werte auf, die der Bordcomputer ausliefert und zwar alle möglichen Werte. Ich komme dann im Laufe des Videos darauf zu sprechen, was man hier so alles genau sehen kann. Ein paar Daten könnt ihr sicherlich beim Anschauen auch schon identifizieren, wie zum Beispiel die Batterietemperatur, die Motortemperatur, den Füllstand, der Hybridbatterie. Was haben wir dann noch? Genau, wie beiden Motoren arbeiten. Rot ist der Verbrennungsmotor. Rechts mit dem grünen Balken, das ist der Elektromotor bzw. die Elektro-Einheit, die beim Prius ja aus mehreren Elektromotoren, nämlich aus Zweien besteht. Was könnt ihr noch sehen? Ihr könnt unter anderem den Durchschnittsverbrauch sehen. Wir sind gerade losgefahren, deswegen ist der ja auch noch relativ hoch, bei jetzt fallen knapp neun Litern. Und wir machen uns einfach mal ein bisschen auf den Weg. Was ganz interessant ist zu beobachten für euch, ist das mittlere Symbol. Das sieht aus wie so ein Zylinderkolben, wie so ein Kolben. Da steht eine Zahl, die ist so jetzt bei ungefähr 1270, 1280. Das ist die Motordrehzahl. Darunter steht eine S2 und S2 steht im Prius für den sogenannten Hybrid Stage. Das heißt also, das ist ein Betriebsmodus. Im Toyota Prius gibt es vier Betriebsmodi, die man allerdings von außen nicht beeinflussen oder irgendwie schalten kann, sondern die beziehen sich darauf, wie warm oder wie kalt der Motor ist. Das Hybridsystem arbeitet optimal in S4. Ihr werdet also dann im Laufe der Zeit der Fahrt jetzt sehen, wie sich diese Angabe ändert. Sie wird auf S4 springen, in dem Bereich, wenn der Motor eine Temperatur von 70 Grad hat. Da sind wir jetzt im Moment noch ein bisschen von entfernt. Könnt ihr einfach mal so ein bisschen beobachten. Dann, wie gesagt, daneben in gelb den Füllstand der Hybridbatterie. Im Moment 48 Prozent. Und was ist noch? Ja, der Verbrauch jetzt im Moment bei 5,7 Liter. Wir sind ja jetzt auch schon eine ganze Menge elektrisch gefahren. Und das ist nämlich das Nächste, worauf ihr vielleicht ein bisschen achtet, wenn ihr Lust habt. Und zwar ist das diese Angabe mit Total. Und da seht ihr sozusagen die Strecke und die Kilometer, die wir zurückgelegt haben. Und zwar lasst euch bitte von der Zeitangabe, die jetzt gerade auf 10 Minuten gesprungen ist, nicht verwirren. Die ist jetzt nicht genau, weil ich hatte das Fahrzeug schon gestartet, bevor ich losgefahren bin, um hier die ganzen Kameras und so weiter alles einzurichten. Da stand das Fahrzeug schon ungefähr acht Minuten im eingeschalteten Zustand herum. Interessanter ist darunter die Angabe, die jetzt so bei ungefähr 1,84, 1,85 Kilometer liegt. Nämlich das ist die gefahrene Strecke. Und zwar die gefahrene Strecke, die Gesamtstrecke, die wir jetzt fahren, mit der Prozentangabe, wie viel davon wir im rein elektrischen Modus unterwegs sind. Ja, liegt also jetzt im Moment bei 38 Prozent. Ja, dann haben wir da noch so ein paar weitere Angaben, wie so oben links seht ihr die Durchdichte, die Geschwindigkeit. Darunter seht ihr so eine Bremsscheibe. Das bezieht sich darauf, ob wir gerade mit der mechanischen Bremse das Fahrzeug zum Stehen bringen oder gebracht haben. Ich stehe jetzt an der Ampel, also auf der Bremse. Oder ob wir regenerativ bremsen, dann ist es grün. Wenn wir nicht bremsen, ist es grau. Die kleinen Symbole darunter geben so einen Überblick, wie man in den letzten Minuten das Fahrzeug abgebremst hat. Wir sind also jetzt hier mit rein regenerativen Bremsen bisher unterwegs. Ihr könnt auch beobachten, dass das Fahrzeug also selbstständig die Betriebsmodi wechselt. Für alle, die euch vielleicht mit einem Hybridfahrzeug, mit dem Followery-Fahrzeug noch keine Erfahrung haben. Beim Toyota Prius ist es so, dass wir hier also eine Bauform haben, die alle möglichen Betriebszustände ermöglicht. Das heißt also, wir können sowohl rein verbrennungsmotorisch fahren, wir können allerdings auch rein batterieelektrisch fahren. So wird es jetzt im Moment machen. Wir können aber auch, und das werdet ihr sehen, sind wir häuptsächlich in Mischformen davon unterwegs. Die Mischformen hängen so ein bisschen davon ab, wie hoch ist der Batteriefüllstand, welche Last wird gerade abgefordert. So, dass wir also praktisch hier eine Hybridbauform haben, die jeden möglichen Betriebszustand zulässt. Ganz klar, im Stand ist, wenn die Batterie ausreichend geladen ist und keine weitere Wärmeanforderung da ist, wir haben jetzt draußen 15 Grad, die Sonne scheint, ich fahre ohne Heizung, es ist ausreichend warm, es ist wirklich angenehm hier im Fahrzeug, dann schaltet das System an Ampeln und auch schon beim Ausrollen an die Ampel ab. Das heißt also, man hat hier nicht einfach nur so ein simples Start-Stop-System, was bei kurz vor der Ampel dann mal für ein paar Sekunden abschaltet, sondern hier kann man wirklich also auch schon längere Zeit vor einer roten Ampel vom Gas gehen das Fahrzeug ausrollen lassen. Und dann ist das auch so, dass der Verbrennungsmotor ausgeschaltet ist und alle Aggregate werden dann rein elektrisch betrieben. Das heißt also, die Bremskraftverstärkung, die Klimaanlage, alles außer der Heizung ist hier elektrisch betrieben. Wenn also die Hybridbatterie ausreichend geladen ist, dann wird dieses Fahrzeug komplett elektrisch angetrieben und auch alle Komponenten werden elektrisch versorgt. Wir fahren jetzt gerade rein elektrisch, ihr könnt sehen, der hellblaue Balken zeigt es an. Wir haben eine Leistungsaufnahme von etwa 5,3, 5,4 kW bei ungefähr 54, ich bin ein bisschen zu schnell, kmh. Das entspricht also genau dem, was man auch kennt vom reinen Elektrofahrzeug oder vom Plug-in, dass man so beim Dahinrollen mit knapp Tempo 50 ungefähr 3,5 bis 5 kW an Leistung braucht, um diese Geschwindigkeit zu halten. Ich habe Winterreifen drauf, muss ich dazu sagen. Das heißt, hier ist der Verbrauch einen Ticken höher, als wenn ich jetzt die rollwiderstandsarmen Sommerreifen drauf hätte. Und der rote Punkt, den ihr dort oben auch seht, dieser rote Punkt zeigt an, ob man eher effizient unterwegs ist oder eben weniger effizient. Das ist klar, wenn ich mit dem elektrischen Antrieb unterwegs bin, dann ist es eher immer ineffizient, weil das ist natürlich von der Antriebsart her effizient, das ist klar, aber ich ziehe halt Strom aus der Batterie und das gibt mir die App als ineffizient an. Da braucht man sich nicht so sehr von irgendwie verwirren lassen oder sich Sorgen machen. Man kann auch ganz langsam elektrisch dahin schleichen, dann kommt man auch in den grüneren Bereich. Dieser Ball, der hilft einem aber auch ein bisschen, das Fahrzeug effizienter zu betreiben. Jetzt seht ihr zum Beispiel, wir ziehen gerade 7, 8 kW aus dem Verbrennungsmotor. Er rechnet das also um in kW und laden die Batterie mit etwa 2,6, 2,7 kW. Das ist jetzt so ein bisschen das eigentliche Geheimnis dieser Vollhybridantriebe, nämlich der Motor wird möglichst in einem konstanten Betriebsmodus belassen, läuft also mehr oder weniger konstant durch und das, was dann an überschüssiger Energie entsteht, das kann man über das Planetengetriebe in dem Fall hier zum Generator transferieren und der macht daraus Strom. Der Vorteil ist, der Verbrennungsmotor läuft halt im optimalen Betriebszustand, muss nicht ständig rauf- und runterdrehen. Das ist also immer der Zustand, wenn man dort einen Minuswert angezeigt bekommt. Jetzt stehen wir, der Verbrennungsmotor ist aus und das System zieht ungefähr 0,3 kW an elektrischer Leistung aus der Hybridbatterie zur Versorgung der bordinternen Systeme. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen vorortmäßig unterwegs gewesen und jetzt geht es gleich mal rauf auf die Autobahn. Da könnt ihr dann mal ein bisschen beobachten, wie sich dieses Hybridsystem auf der Autobahn hält. Jetzt nach knapp 5 km, 4,9 km, sind wir also 48% rein elektrisch gefahren und haben einen Kraftstoffverbrauch von 4,4 Liter. Und ihr habt es vielleicht in der Zwischenzeit beobachtet, wir sind bei der Hybridstage S4 angekommen. Das heißt, der Wagen, das ganze System ist jetzt also im optimalen Betriebszustand für geringstmöglichen Verbrauch. Fahren wir erstmal auf die Autobahn. Hier jetzt noch leicht rein elektrisch und wir wollen mal beschleunigen. Hier ist 100 km erlaubt. Ich werde erstmal so auf 80 km gehen, dass ihr mal ein bisschen beobachten könnt, wie ist so die Leistungsaufnahme, Leistungsverteilung bei Tempo 80. Das wäre ja so in Berlin, zum Beispiel Berliner Stadtverkehr. Ich wendel mich mal so ungefähr um 80 km ein. Ich habe hier keinen Tempomaten, ich muss das also mit dem Gasfuß ein bisschen einstellen. Und da könnt ihr sehen, dass wir jetzt also aktuell ungefähr 11, 10, 11, 12, 13 kW umgerechnet Leistung aus dem Verbrennungsmotor ziehen. Er dreht mit knapp 1400 Umdrehungen sehr konstant. Die Hybridbatterie ist 52% geladen und ihr könnt auch umbeobachten, die Ladung erfolgt jetzt mit, es pendelt so zwischen 1,5 und 2 kW. Ich kann natürlich jetzt das nicht 100%ig stabil halten, deswegen pendeln die Zahlen dort ein bisschen hin und her. Logischerweise steigt jetzt auch der Durchschnittsverbrauch, jetzt 4,73 Liter, 4,72. Das ist klar, weil wir jetzt eben auf der Autobahn unterwegs sind, der Verbrennungsmotor läuft, das Fahrzeug wird nicht elektrisch angetrieben. Aber diesen Modus könnte man jetzt als seriellen Modus betreiben, nämlich das Fahrzeug, der Motor erzeugt Drehmoment, was auf die Räder geht und gleichzeitig mit dem Überschuss, mit also diesem ungefähr 1,5, 1,8 kW, die Hybridbatterie lädt. Die lädt jetzt bis 60%, dann ist der maximale Füllstand erreicht. Die oberen 40% lässt man frei, die braucht man, um viel Recuperationsenergie aufzunehmen. Genauso wie auch die unteren 40% nicht aktiv im System genutzt werden, sondern nur, wenn man zum Beispiel einen Kaltstart macht, um dann das System, den Motor möglichst gut und optimal auf Temperatur drehen zu lassen, keine große Last aus dem Verbrennungsmotor zu nehmen und diese 40% zu haben, um das Fahrzeug in den ersten Minuten möglichst elektrisch zu betreiben, damit eben die Abgaswerte ganz schnell auf möglichst geringe Werte kommen. Der Prius hat so eine Anfangsphase von knapp 50 Sekunden. Wer den Prius kennt, der weiß das. Dann ist der Motor warm genug, um auch vernünftig Leistung abgeben zu können und in diesen 50 Sekunden nutzt man eben diesen 40% Puffer nach unten. Jetzt sind wir bei 56% Ladezustand der Hybridbatterie angekommen, wird nach wie vor wie gesagt geladen. Die Hybridbatterie hier im Prius 3 hat eine Kapazität von 1,2 Kilowattstunden. 20% davon sind würzbar, heißt also so ungefähr 250 Wattstunden. Das ist nicht viel, das ist sogar weniger als ein Pedelec Akku hat. Die haben heute in der Regel 400 bis 500 Wattstunden Kapazität. Es ist eine Nickel-Metallhydrid-Batterie, keine Lithium-Batterie. Toyota hat ja schon vor vielen, vielen Jahren angefangen, an dieser Technik wie Panasonic zusammen zu forschen und sind bis heute im Prius der Nickel-Metallhydrid-Batterietechnik auch treu geblieben. Der Motor dreht jetzt mit knapp 1000 Umdrehungen, ist auch kaum zu hören. Für alle die, die immer der Meinung sind, im Prius ist es so laut, ist es natürlich Unsinn. Es ist überhaupt nicht laut, man hört eigentlich überwiegend die Abrollgeräusche. Hier können wir uns mal angucken, ich habe die Anzeige unter dem Thermometer mal umgeschaltet, auf den aktuellen Verbrauch. So bei knapp Tempo 80 werden 3,2, 3,3 Liter Benzin gehen durch den Motor. Das entspricht jetzt, wenn man das jetzt rechnen würde, CO2-Emissionen von unter 70 Gramm, knapp 70 Gramm. So, jetzt ist die Hybrid-Batterie mit 60% geladen und ihr könnt sehen, es geht praktisch keine weitere Energie mehr in den Ladevorgang. Und jetzt ist es so, dass der Prius dann immer wieder mal kurz die Batterie entlädt, den Verbrennungsmotor dann unterstützt für ein paar Sekunden, dann wieder lädt und so pendelt er dann und bleibt bei diesem 60% Füllstand mehr. Weiter wird das Fahrzeug so nicht geladen, es sei denn, ich würde jetzt eine längere Strecke bergab fahren, das Fahrzeug rollen lassen, dann steigt dieser Ladezustand noch weiter. Ich kann auch jetzt mal auf 100 beschleunigen. Ich beschleunige jetzt hier relativ entspannt. Es wundert euch nicht, dass das so lange dauert, ich bin nicht auf Vollgas. Da könnt ihr jetzt ungefähr sehen, ein Liter mehr bei knapp 100 kmh, 4,3 Liter gehen jetzt durch die Leitung zum Verbrennungsmotor. 4,1 und da war wieder 80, ich gehe mal vom Gas, wir rollen aus. Jetzt ist es so, jetzt wird Bremsenergie in die Batterie weiter zurückgeschweißt. Und jetzt 80, halten wir jetzt mal. Der Prius kann bis 75 kmh rein elektrisch fahren, das ist also der Grund, warum wir jetzt hier trotz voller Hybridbatterie nicht rein elektrisch fahren. Für alle, die auch noch keine große Erfahrung mit Hybridfahrzeugen haben, ich habe die ganze Zeit meine Hände am Lenkrad, ich muss nichts umschalten, ich muss mich nicht darum kümmern, irgendwelche Betriebsmodi einzustellen oder irgendetwas zu machen. Das Fahrzeug macht das alles alleine, es ist ein wunderbar entspanntes Fahren, wird nur noch vom Heimelektroauto übertroffen, wo ich dann noch mehr Ruhe und Entspannung habe. Aber tun, um zwischen diese ganzen Betriebsmodi hier irgendwie zu wechseln, hin und her oder irgendwas zu machen, ich muss gar nichts machen. Ich fahre einfach überhaupt meine Hände am Lenkrad und fahre mich und euch sicher hier jetzt nach Potsdam rein. Tempo 60, ich gehe vom Gas, wir rekorurieren wieder, habt ihr auch schon hier sicherlich gesehen. Und jetzt hat der Wagen eben in den TV-Modus umgeschaltet und hat gesagt, nö, jetzt können wir rein elektrisch fahren und das machen wir natürlich auch. Das heißt, wir sind jetzt voll elektrisch wieder unterwegs. Ihr habt gesehen, der Prozentanteil der elektrischen Fahrt ist jetzt durch dieses kleine Stück Autobahn auf 19% gesunken von knapp 15,7 Kilometern. Ich muss mal gucken, was mein Navigationssystem anzeigt, ich muss geradeaus weiterfahren. Und jetzt ist die Hybridbatterie sogar bei 63% angekommen. Das heißt, wir können jetzt eine Menge elektrische Energie nutzen. Beim Prius ist es so, dass es sich nicht lohnt, rein elektrisch zu beschleunigen, was ich ja machen könnte, sondern zum Beschleunigen den Verbrennungsmotor zu nutzen, ist in dem Fall effizienter. Und dann die Energie, die man in der Hybridbatterie hat, nutzen, um möglichst weiter mitzufahren. Dann kommt man auf geringe Verbrauchswerte. Ich schalte jetzt mal hier wieder um auf den Durchschnitt. Das ist übrigens auch interessant hier. Er zeigt also auch den durchschnittlichen Energieverbrauch an. Und zwar nicht nur vom elektrischen Antrieb, sondern auch vom Verbrenner. Wir liegen also jetzt bei 10,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Dieser Wert erscheint mir fast ein bisschen zu gering. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass so ein dicker Prius umgerechnet weniger Strom verbraucht als eine Zoe. Und das ist jetzt im Moment unser Durchschnittsverbrauch. 3,97 Liter pro 100 Kilometer. Mit diesem Durchschnitt haben wir also die 95-Gramm-Grenze CO2 erreicht. Die liegt ja so bei 4,1 Liter. Weiter geht's. Also zum Beschleunigen lasse ich jetzt mal kurz den Verbrenner laufen, indem ich etwas stärker aufs Gas gehe. Und dann aber wieder zurück. Und dann seht ihr das jetzt auch. Wir fahren komplett elektrisch. Das ist auch hier jetzt im Straßenverkehr von Potsdam im Innenstadtbereich hier überhaupt gar kein Problem. Emissionsfrei durch diese Wohnschlucht hier. Sicherlich auch für die Anwohner ganz angenehm. Vor uns fährt ja auch ein Toyota Hybrid, ein Auris. Der ist sicherlich jetzt auch rein elektrisch unterwegs. Es gibt so verschiedene Videos, wie man am effizientesten mit dem Prius fährt. Einige sagen, man soll bis 20 kmh elektrisch beschleunigen und dann erst stärker draufdrücken, damit der Verbrennungsmotor anspringt. Und ich habe da bisher wenig Unterschiede gemerkt. Können wir ja mal so machen. Also rein elektrische Beschleunigung bis 20 kmh. Und je nachdem, der Verkehr lässt es jetzt gar nicht zu. Wir bleiben also im EV-Modus. Fahren rein elektrisch jetzt weiter. Jedes Bremsen speist natürlich auch wieder ein bisschen Energie zurück. Ich habe mal Kontakt aufgenommen mit dem Programmierer dieser App. Habe ihn mal gebeten, ob es nicht möglich wäre, die Menge an rekuperierter Energie entweder in Wattstunden oder einfach nur, ja, weiß nicht, Kilometern oder wie auch immer, ob man das nicht irgendwie auch anzeigen kann auf der App. Und er hat mir geantwortet, er würde das dann irgendwann mal realisieren. Ich habe ihn auch mal gefragt, ob es nicht möglich ist, in der App einfach mal diesen augenblicklichen oder den durchschnittlichen CO2-Ausstoß des Fahrzeugs mal anzuzeigen. Das ist ja kein Problem. Ihr wisst es ja vielleicht, ein Liter Benzin, wenn man ein Liter Benzin im Auto verbrennt, entstehen 2,33 Kilogramm CO2. Wie kann das sein? Wie kann aus einem Liter Benzin, der ja so roundabout ein Kilogramm wiegt, wie kann da mehr CO2-gewichtsmäßig entstehen? Das ist klar, da kommen die Sauerstoffatome natürlich noch mit dazu. Und beim Diesel ist es ein Liter, erzeugt 2,66 Kilogramm CO2. Diesel erzeugt also mehr CO2, weil der Energieinhalt größer ist. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen auf den Verkehr achten, um hier sicher abzubiegen. Und so kann man also Verbrauchswerte sehr einfach in CO2-Emissionen umrechnen. Jetzt haben wir hier Potsdamer Kopfsteinpflaster. Ich werde jetzt mal nichts sagen, weil ihr könnt es nie nicht verstehen. Ich halte jetzt mal kurz hier an, fahre jetzt mal einen Augenblick nicht weiter. Ich weiß, ich stehe jetzt hier gegen der Fahrbahn, bitte mal alle weggucken. Ich wollte nur erst mal an der Stelle jetzt die Sache hier beenden, weil ich bin jetzt gleich bei meinem Beratungskunden und auf dem Kopfsteinpflaster wackelt und schüttelt sowieso alles. Das ist überhaupt kein Genuss für euch. Ich hoffe, das war für euch ein bisschen interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, wie so ein Hybrid arbeitet, wie so diese verschiedenen Modi ineinandergreifen. Wie gesagt, man selber muss überhaupt nichts tun. Und jetzt an der Stelle, wir sind jetzt knappe 17 Kilometer gefahren, hatten wir einen Hybridanteil von 25 Prozent, einen Durchschnittsverbrauch von 3,77 Liter auf 100 Kilometer. Also was ich im ersten Beitrag in dieser Hybrid-Serie schon gesagt habe, ist, Hybrid ist kein Elektroauto, Hybrid ist eine Spritspartechnik. Und bei 3,77 Liter auf 100 Kilometer, da sind wir dann also schon deutlich unter den 95 Gramm. Das ist immer noch zu viel, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich habe es im ersten Teil schon gesagt, es ist eine Möglichkeit, die CO2-Emissionen relativ einfach erstmal runterzubringen. Wahrscheinlich keine endgültige Lösung. Viel Spaß, vielen Dank, Entschuldigung, vielen Dank fürs Zugucken. Ich habe jetzt auch Spaß bei der Energieberatung, ich freue mich schon drauf und hoffe, dass ich auch da in dem Haushalt ein bisschen dafür sorgen kann, dass etwas weniger Energie verbraucht wird, weniger CO2-Emissionen, denn darum geht es hier bei uns. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach unten. Und ihr könnt auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Vielleicht gefallen euch ja die anderen Videos. Macht das bitte, klickt bitte jetzt mal auf Abonnieren und klickt bitte auch auf die Glocke. Dann seid ihr nämlich immer informiert, wenn es neue Videos gibt. In dem Sinn, herzliche Grüße aus Potsdam. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war es bis zum nächsten Mal. Julian sagt Ciao. Das war es bis zum nächsten Mal.